Musik Wir befinden uns hier in der Zentrale für Glücksforschung. Heute ist also ein Glückstag. Denn glücklich sein ist super! Glück ist, wenn es einem gut geht, wenn man zufrieden ist, wenn man denkt, wie schön, dass ich lebe. Oder, wenn man beim Quatsch machen nicht erwischt wird. Super! Glück ist, mit Oma kann man selbst angehen. Freunde sind wichtiger als Autobahnen. Hä? Da hat wahrscheinlich der Übersetzer gerade einen ganz schlechten Tag. Wir müssen da anders, vor Schirung forschen. Ich rufe jetzt Hans-Rusy an. Ich wollte dich fragen, was dich glücklich macht. Ich bin die Hände! Nee! Eine Überraschung? Hä? Es ist ein Handtuch. Und für wie lange, denkst du, wirst du jetzt ungefähr glücklich sein? Mh, mindestens lebenslang. Musik! Alles immer neu! Jeden Tag einkaufen gehen! Glück kann man sich kaufen! Klar! Wenn man alles hat und nichts mehr braucht, dann ist man glücklich. Ich kaufe, 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 kaufe. Lächeln! Ja, Neil! Es wird schlechte Laune mehr wie das Wobanderung. Andere ärgern ist nicht gut. Andere ärgern ist super gut. Komm mal an! Ja! So sieht schlechte Laune aus. Schlechte Laune ist das einfachste der Welt. Es ist Schokolade. Schokolade macht glücklich. Glück gemacht! Glück im Koran! Meine Großeltern haben mir früher immer Puppentheater vorgespielt. Mein Lieblingsstück hieß Die unglückliche Prinzessin. Und das hier, das ist die unglückliche Prinzessin. Echt? Es war einmal eine Prinzessin, die eines Morgens aufwachte und das Glück nicht finden konnte. Das machte sie sehr traurig. Ich bin ja so extrem super unglücklich. Ich muss mein Glück irgendwo verloren haben. Oh, wie ist das denn?